. 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 Ich bin echt glücklich, die Tabellentritte mit zehn Toren oder elf Toren zu schlagen. Das passiert natürlich in der Barriere. Ich bin echt zufrieden mit der ganzen Mannschaftsleistung. Die ersten zehn Minuten sind noch ein bisschen gehagert. Aber sonst bin ich richtig froh mit unseren zwei Neuertalgängen. Wir haben beide richtig gut integriert. Langsam kriegt man auch Spielpraxis und am Ende auch schon Kämpfer. Das ist wunderbar, das ist meine Vorstellung, auch nicht nur Ackern bei Handball, aber auch Schön und für Susa zu spielen. Natürlich auch heute im Spiel unser Torwart. Marcel war wunderbar gehalten und arbeitet mit Afia zusammen. Und ja, jetzt schauen wir mal nach nächste Woche, was passiert nächste Woche.